Voller Saal im Bossendorfer Pfarrheim. Die Organisatorinnen der KfD Hamm-Bossendorf hatten sich auch in diesem Jahr wieder freche und witzige Sketche einfallen lassen, um die fast ausschließlich weiblichen Gäste zu unterhalten. Einziger Mann im Saal war DJ Roland Rabe. Nein, wir sind sonst themenlos. In diesem Jahr könnte man aber sagen, mitten aus dem Leben, sodass wir mal überall reinschauen, was in verschiedenen Gruppierungen los ist. Ob das jetzt im Fahrbüro ist oder ob das bei den Sekretärinnen ist oder ob das im Dienstleistungsunternehmen ist, alles querbeet ist in diesem Jahr vertreten. Wir sind zehn Personen und wir machen alles. Wir verkörpern alles. Und wir picken uns immer so etwas raus, was wir gerne spielen möchten. Und so werden die Rollen bei uns verteilt. Insgesamt 14 Programmpunkte sorgten für gute Laune und viel Applaus. So zum Beispiel ein Sketch zum Bildtelefon. Schön, Sie zu sprechen. Wie immer. Natürlich, natürlich, für Sie jederzeit. Sag mal, kennst du dich mit dem neuen Bildtelefon aus? Zwischen den närrischen Vorträgen luden die zehn KfD-Damen das närrische Publikum zum Mitmachen ein. Beispielsweise beim Zellulite-Lied. So gemein, er schuf uns mit Dellen an Popo und Bade. 30 Jahre hast du gesoffen. Weg damit. 30 Jahre wolltest du einen Geblasener. Die Ideen, die wir hier vorführen, die sind wirklich mitten aus dem Leben. Wir sehen irgendwo etwas und behalten das schon mal als Reserve für nächstes Jahr. Also für nächstes Jahr haben wir jetzt schon zwei, drei Sachen, wo wir gesagt haben, das wird es im nächsten Jahr geben. Auch Peinliches und Obszönes fehlten im Programm nicht. Sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauerinnen. Die Pointen der vorgetragenen Sketche sorgten immer wieder für Lachsalven und gute Laune. Geprobt für diese unterhaltsame Karnevalsveranstaltung wurde seit Ende des letzten Jahres. Der Sketch, die Beichte und der Auftritt der Misfits waren die Höhepunkte im Programm. Und ich mache gar nichts sagen, aber auch mit deren Freundin habe ich auch geschlagen. Aber jetzt kommt das Schlimmste. Auch mit deiner Mutter. Aber Hubertus, das weiß ich doch alle. Jetzt bleib ruhig liegen, dass das Gift wirken kann. Wir haben schon eine Stunde vorher hier gesessen und gewartet, dass wir die Karten kriegten. Und dass wir auch einen guten Platz kriegten. Wir sind ja ein alter Elberrat von Laurentius. Ich denke, dass es ganz lustig wird. Doch, ja. Wir erwarten wie jedes Jahr, dass es schön ist, lustig ist. Am Ende des Programms donnernder Applaus für die Akteurinnen. Auch im nächsten Jahr wollen die KfD-Damen wieder für Karneval in Bossendorf sorgen. Wir sehen, man. Vielen Dank.